Ja, was geht ab Leute? Heute gibt's wieder mal die neueste Top 5 Episode von Modern Warfare 3 und im Hintergrund gibt's die Chopper Musik vom Commander Krieger. Das ist ein ziemlicher Orbe, wenn ihr mich fragt. Ja, fangen wir mal mit Platz 5 an. Das ist ein normaler Kill, der am allerersten Tag aufgenommen wurde, eingeschickt von Gormzilla Nummer 1. Der macht einen Headshot, Treffer und wieder einen Header. Alles gleich am allerersten Tag, deswegen auch Platz 5. Und ja, weiter geht's mit Platz 4. Also ebenfalls am allerersten Tag. Eigentlich sind eh schon fast alle Clips vom allerersten Tag. Der ist von MW3 Killfits of the Day. Der erwischt da mal drei Leute am Anfang, schnappt sich dann auch den vierten, den fünften tötet er auch. Den sechsten verfehlt er leider und deswegen stirbt er auch. Ziemlich schade, er hätte es eigentlich noch weiter schaffen können. Aber egal, Platz 3 wurde eingeschickt von der Kessel. Das ist wirklich geil, denn der wird ja gestunnt und macht einen Quad-Feed. Gleich seht ihr es. Da er schießt, trifft mal, wird gestunnt, fetzt einfach irgendwie Quickscope in die Luft und erwischt vier Leute. Jetzt nochmal die Zeitlupenaufnahme. Moment. Jetzt da. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Ja, also das verdient auf jeden Fall Platz 3. Platz 2 ist eigentlich sowas ähnliches wie Platz 3. Also ich weiß nicht, ob Platz 2 jetzt doch nicht lieber Platz 3 wäre. Eingeschickt von MWD Duo Productions. Jetzt kommt es gleich. Der macht da einen Quickscope, Hitmarker und ein Triple No-Scope. Jetzt sehen wir nochmal gleich die Wiederholung in Zeitlupe. Er schießt da einen Hitmarker und schießt da mal gleich ein No-Scope und erwischt drei Leute. Online natürlich. Nichts im Vergleich zu Platz 1, denn da werdet ihr euch wirklich mal gleich von den Socken hauen. Das ist von einem deutschen YouTuber, der heißt TheJerry. Das erkennt man auch gleich von den ganzen Kommentaren, von den Ausrastern, die gleich kommen werden. Weil, jetzt sieht ihr mal da vorne seinen Feind. Suchenzerstand übrigens. Wie sieht es ihn hier ein bisschen an? Denkt sich ja, macht mal einen No-Scope. BAM! Kurzer Prozess. Ein No-Scope auf die Distanz. Also, das war wirklich geil. Und deswegen auch Platz 1. Jetzt hier nochmal kurz die Zeitlupe. Er dreht sich ja, warum macht ein No-Scope. Bisschen Glück war sicher dabei. Also, ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie genau gewusst hat, wann er abdrücken soll. Also, auf jeden Fall geil. Platz 1. Der kommt dafür auch mal gleich in die Beschreibung. Und in die Subbox. Weil, solche Shots als Platz 1 habe ich immer wieder gerne. Und ja. Ansonsten war es das schon. Und ja, jetzt gibt es wieder noch ein bisschen. Chopper Musik vom Commander Krieger. Ah, und bevor ich es noch vergesse. Ich suche auch noch so andere Kommentatoren. Damit nicht immer nur ich diese Top 5 Episode kommentieren muss. Damit es auch ein bisschen Abwechslung gibt. Also, viel Spaß mit der Chopper Musik. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.